so war der jetzt heute mit aufwerten 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 und zwar kann man ziehen wir zumindest abschließend wird noch zwei stoppgebiete leider nicht ich liebe dieses neue fisch-restaurant wenn ich heute haben kauf ich eine wunderschöne aber die schlurte gewinne würde ich glaube ich nicht mehr so lange bleiben ich glaube da würde ich so schnell über die sachen packen und verschwinden nie aus deutschland ich hasse die säcke hier er ist jetzt oben ja der kollege ist so du bist das das hat sich mal die kopfhörer nicht betrachte ich gerne die aussicht von der hummingbird vielleicht gar nicht mal so uncool so auf jeden fall geht es weiter ich habe ja die beiden haltestellen noch mal getauscht müssen weil es jetzt mal ein kleiner back war ich bin jetzt halt schon durchgefahren um die vollen zu erreichen schließt mal ab ja aber diesmal jetzt habe ich schon die kleinen Fehler beobenen und habe halt kurz eben die alte Schöne getauscht ich kenne das ich kenne das ja wenn die bezüglich weg ist dann haben wir dann noch zwei Schöne das ist die scheiß der Cannstein naja alles gut Mein Freund arbeitet bei mir. Er würde mir keinen sagen, woran er arbeitet. So. Ja, es gibt schon ein Stückzustellen, die ersten beiden alte Stellen. Aber, wie gesagt, jede Haltestelle, die jetzt irgendwann fällt, jetzt kam ich bei 16 nur noch, oder 17. Okay, nächste. So, 2,920 zurück. So, OS Harbor möchte jetzt auch irgendwann mal durch sein. Das ist auch nicht mehr so viel, ne? Das sind jetzt auch noch 1, 2, 4 Haltestellen in OS Harbor. Seavius ist die eine noch. Und dann fehlt es nur noch der kleine Teil hinten, den Valley Springs, der so ein bisschen zieht. Und in diesem Land gibt es so viele schöne Stoffe. Ich wünsche, ich könnte sie alle fahren. So. Fischer Street. Fischer Street. Ja, auch die 4 jetzt mittlerweile. Also, wie gesagt, es bleibt dabei. So ein schöner Tag. Fischer Street, das ist die nächste Nacht. So. Meine Wochenkarte ist letztes Wochenende aufgelaufen. Ich bin mir das nicht. Einmal für zu. Leider gibt es die Reise. Und das ist die, das ist die, das ist die Frügel Street. Die ist dann hoffentlich auch auf 4 geht. Dann haben wir so oft. Da fehlt vielleicht auch was ja in der nächsten Folge dann schon, den Hafen hier fällt anzuschließen. Das könnte natürlich passieren, dass wir in der nächsten Folge dann, nachdem wie das jetzt aussieht, schon zwei Stadtgebiete weniger ab. Und dann fehlt es hier noch der letzte Teil. Und dann hätten wir es. Also, wir fahren mal noch das ganze Abschlussding. Wir machen mal, dass wir die auf 4,5 Jahre beim ersten Besuch willen bekommen. Dann sind wir durch. Wenn wir jetzt gehen. Also zumindest mit der Hauptstory hier aus Angels Shores. Ja, das ist es halt. So. Den Fahrgastkopf rausgelassen. Dann können wir den Weg jetzt weiter bauen. Dann fassen wir nicht, dass wir da irgendwo dagegen fahren. So, da ist die Haltestelle. Da ist ein Rollstuhlfahrer dabei sogar. Ja, die Freak ist... Warum freie Spiele? Ja, du schön, das ist... Wieso darf ich jetzt nicht... Wieso denn es zu mir ist alles weg? Wieso bin ich jetzt rausgerutscht aus dem Dings? Ach man. Ich war so schön dabei. Oh, eine Pause. Super. Ich will doch nur... Ach man, ey, weil das Spiel mich da auch manchmal nervt. Ey, das ist das Problem. Wieso darf ich jetzt auf der Gelenkbus nicht fahren? Ja, bitte. Sag mir bitte nicht, dass ich... Ich will dich als heute Stelle aufwerten. Ich will das Ding durchkriegen. Dann sagt er mir, nö, du gehst mal zwei Spiele. Es war klar, du zu... Ja, ja... Ich fasse immer... Bin ich nicht hier? Ich verrasche, bin ich nicht hier gelandet? wo willst du hin ernsthaft da wo bist du hier wo bist du mit dem bus sind das erforderlich was ist das für muss das ist aber das ist der doppelschock ja also bist du hier mit dem dinge gefahren das hast du gemacht bin ich hier das hatte das ist gut jetzt sind gefahren ja ich bin das spiel gelandet warum doch mal neben mir mein gott ist ja wieso merkt man das nicht danke schön ja ich habe die karte fest gesetzt meine frisse ich komme nicht hoch oder was ich vergesse alles wenn ich nicht in meinen kalender ich habe mich kamen wie sie schön ich kann das pizzeria schild nicht mehr lesen ich brauche wohl so langsam eine brille haben wir eins vergessen ich habe ich will zum scheiß haben aber das kann doch nicht sein dass ich für sich hier dass ich hier am arsch der welt und wo lande der ist einfach mal komplett durch der anderen auf der anderen Seite der web gewesen ich bin jetzt hier wieder hier unten aber das ist doch scheiße so was ich habe vielleicht jetzt die zweite chance die in der halte stellen müssen aufzuwerten die weg ich fahr mal nur ein bisschen durch die gegend ich kann das wochenende kaum erwarten ich war doch für vier oder so mittlerweile schon tut mir leid naja alles gut haben wir keine unfreiwillige rundreise gemacht ist halt auch manchmal aber vielleicht ist aber die chance also ich fahr jetzt noch mal hier habe ich zwischen der station machen zum glück ist bald sonntag also die typen von meinem bus statt dass du die rute fährst was machst du ja ich war mal eben komplett oben in der randasche teil ich hatte stundenlang einen ohrbund von all directions das sieht mich jetzt nicht gerade ich will ja wir haben die zweite chance habe ich aber habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ja du sollst einfach ist okay alles gut ich sag nichts mehr jetzt kann zum spiel manchmal hallo ich will auch eine fahrkarte haben und ich habe einen bührenden fahrkarte ich blockiere deine tür so okay gut aber inzwischen kann ich jetzt rausnehmen was ja ich bin zu spät weil das scheiß bei meinem scheiß busfahrer kollege am arsch der welt unterwegs war weil ich habe die runde weiter zu verfolgen was hat er gemacht ich weiß man sich halt durch die halbe welt ich wunderte dass er nicht in gold island oder so ein scheiß war so fischer street ich habe das jetzt nicht erfahrten oder kriege ich die meldung später noch etwas später rein so die müsste ja auch bei der 5 sein ich habe jetzt so eine chance also habe ich rausgenommen jetzt ja da ist jemand eingeschlafen interessiert mich nicht sonst ist mir scheißegal ich ich habe diese scheiß halte ich will jetzt mittlerweile aber kann ich nicht was jetzt hier sonst kriegt der herger wenn wir den eingeschlafen ist mir das ist egal es wird noch jemand ich fahre mit da oder ja klar sind ja geschlafen fahrgast hier wie sie versteckt ich hoffe ich möchte Das sind einfach so Arbeitstage, wo ich mir denke, da fängst du lieber mit Saufen an weißt du? Aber nein, ich stecke kein Alkohol tatsächlich, aber nicht viel, sagen wir mal, kein Alkohol, die sind immer noch nicht zu. Alles klar, danke schön, weiter geht's. Kann keiner mitfahren? Nur hin bitte. Ja, natürlich. Danke. Geht's? Ist mir scheißegal gerade, bleib da stehen, wo du bist. So, was haben wir als Blendy Street? So. Hier bleiben die Street, herzlich willkommen zurück. Und auch die Blendy Street geht jetzt aus der Liste raus, wenn sie mich lässt. Ich liebe es. Doch, sie lässt mich rausnehmen, okay. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Alles klar. Ja. Ein Bus kommt niemals zu spät. Er trifft genau dann ein, wenn er ist. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, zeitig. Warum? Warum? Mal eine Fahrkarte, Wochenkarte. Danke. 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 fahrgastmusik einfach so seine karre da weg jetzt ich habe gefreut, schlafen ganz langsam und gemütlich im ritz es ist zwar alles was fahrtest du jetzt das ist doch zu kotzen eingeschlafen und parken jetzt fahr ich aber mal, wenn der Bus zurücksetzt ich hätte mir alles weggeschoben, wenn ich gekonnt hätte ach guck mal, genau, das ist die rundreise er hat mir gerade gesehen, er ist auch wieder einfach aus der luft ausgespawnt gespawnt wieso schon? einfach, gerade nächste halte Stelle ist die South Folsom Street leider nicht zum aufwerfen gerade ich würde gerne ein paar Haltestellen rausnehmen ja, ich bin zu spät, weil du so Trantypen hast das ist so ein Tag, wo du einfach denkst, fick dich und einfach keinen Bock mehr hat und dann ließen sagen würde, dass der macht auch einen scheiß alleine so, nächstes halte ich jetzt hier vorne die Darcy Avenue und da hast du noch eine neue Fahrerarbeit da ist der Video hat natürlich keinen ach, halt mal oder ist der Rollstuhlfahrer für den Kollegen vielleicht da ja, es ist wunderbar, dass hier eine Brüssel bis zur Stadt fängt ich muss zum Arzt und ihre Busverbindung passt da einfach perfekt ich habe mich letzte Woche nicht gut so ja, wenn wir denken, wie man angefangen hat leider sind wir auch brüderlich für eine Folge Milburg habe ich nicht in der Aufnahme drin also die Verbindung auf alle fünf und die erste Folge, die diese Aufnahme Session dann genau geholt an die Vergabe die hatte ich die da hast du das Spiel auch abgekalt da hätte ich doch gerne gemacht aber egal wobei das gegenüber ist so 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 werde immer weniger die ist dort ich wollte jetzt hier durchfahren aber die abgehörige die abwegung ist hier das hintermach kann er nicht einfach reichen die halsschule ist hier vorne jetzt sieht er nicht aus dem gerät wenn er weniger in den fahrgast sitzt das ist halt schon über 9 die rappe kann natürlich nicht ausgefahren werden ich falsche vor Alle wollen reiken. Äh, ich muss da gucken. Nur die Tochter arbeitet bei Samson. Ihr gefällt es doch richtig gut. So, leider kann die Saal nicht auf dem Lied aufgeladen werden. Ich glaube, das ist noch nicht. Jetzt auf Stockton Street bleibt leider noch nicht. Was war's? Ich hab's doch rausgenommen. Ach, der scheiß Rollstuhl fahrer wieder raus. Ah, die wollen draußen. Ich sage, das ist so eine Folge. Einfach alles gut. Es gibt auch solche Tage. Wie gesagt, ich bin hier ein Busfahrer. Äh, ich spreche jetzt ein bisschen aus Erfahrung, dass ich, dass ich auch so Tage mal einfach habe. So, die nächste Haltestelle ist die Nordgo Street. Also viele Haltestellen dürften sie nicht mehr sein. Die Räder sind ein bisschen praktischer gelegt. Das sind jetzt noch 16, 15, 16 Haltestellen. Wie gesagt, Sea View, das fehlt noch. So, wir müssen jetzt einen giờer樑 von hier. Ich zeige schon, ich bin hier heute dran, aber ich fahre jetzt pro Tag, am Montag einmal diese Route. die sind ja halt wie gesagt noch kurz zu den alten stellen das dauert immer noch so ein bisschen die 10, die 11 ist da vorne Kirche das haben wir in der Firmierung das ist vieles Rollstuhlfahrer ich gehe mal rein, dann fällt mir noch ab Hast du das Sprach eine Fahrkarte? Danke. So, die Volksfahrer geht rein, perfekt. So, auf und auf, weiter. Ich hab hier schon immer wieder raus. Wirklich, ich schüttel mal einen Rollstuhl rein. Hi, Highschool. Mal sehen, wie sie es aus holen, damit ich hier rumkomme. So, die Highschool, perfekt. Sie verdient jetzt auch gerade nicht mehr viel an Kohle. Dann hab ich hier weg. So ein schöner Tag. Ist jetzt auch nicht schlimm, dass kein Geld mehr reinkommt für die Hallstuhl, aber es ist mir egal. Aber wir haben sie jetzt weg. Ist das jetzt wieder ein, halte ich ja weniger. Ich brauche eine Fahrkarte. Keine Fahrkarte. Ja. Du kannst jetzt keine Scheine ausgeben, nee. Sondern nur so Münzen. So, kriegst du die Tür zu? King Street. Ja, warum? Bitte nicht mal die Müllheimer stehen lassen. Nicht so wie beim letzten Mal, wo wir dann einfach dagegen sind. Aber die halte ich schon erst da vorne. Nummer 13, bei mir ist es jetzt 12. Weil sie fängt jetzt ganz vor. Ich weiß nicht, wie man... Man kennt sich die Schatten. Ich sehe ja auch nur, wenn aufgewertet werden kann, dass ich die hochziehen kann. Ja, ist nicht klar. So, die kann raus. Das ist aber so 4. Wo sind die fliegenden Autos? Laut Filmen sollten wir die schon haben. Ja, viele sind auch hier im Valley Springs nicht mehr so. Aber es habe jetzt auch nur noch zwei. Ja, wie gesagt, Valley Springs hat jetzt für mich noch eins. Also es sind auch nicht mehr so viele. Ja, ich würde jetzt mal weniger. So, dann fahren wir uns hier einfach raus, damit der Ronscherfahrer raus kann. Und der Rest da hinten auch raus kann. Jetzt wird es einige noch, die wir raus wollen. Ich muss ja keinen Moment warten. So. So. Rollstuhl-Rombe wieder rein. Kurskern wieder hoch. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Nächst auf ist die South Jones Street, die vordersteilte Stelle auf dieser Route hier. Das Mal habe ich sie nämlich richtig. Also jetzt nur bei den letzten Malen. Und wir haben bald auch tatsächlich eine Mission von den beiden ganz, ganz größten erledigt. Nämlich der Teil mit den Stadtteilen auf fünf. Und das ist auch, das fehlen ja die drei hier. So, ich falle es hier rein. Das ist die vierzehnte hier, ne? So stehen die Leute. Ich weiß ja, die enthältliche Städte sind die voll. Und leider fehlt immer noch die Haltestelle, die Aufwertung von dieser Haltestelle auf die Fölle. Aber das ist halt jetzt im Moment so. Die wird doch ein bisschen Dauer. Ich möchte mir so eine Fahrkarten kaufen. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Und hier hat also eine Fahrkarte. Ja, und alle Fahrkarten haben, oder? So, letzte Haltestelle ist die Pine Suite und dann geht zurück zum C View Point. Und C View Point, das ist die letzte Haltestelle da oben. Dann hätten wir das C View Bank und dann fählen wir es auf die zwei Haltestellen, die zwei Städteile hier. Dann haben wir es dieses Mal wieder einmal getauscht. Jetzt ist sie rechts, die letzte Abschlusshaltestelle für diese Route. Ich weiß auch nicht, wie weit wir dann... Hier zwei Runden pro Folge packen. Das ist auch nicht die Haltestelle. Moin. Die ist nämlich hier vorne erst. Vielleicht habt ihr getauscht. So, das heißt, die ist hier oben die erste. Die zweite davon. Die hier nämlich jetzt. Die in der High School. Also die Pine Suite hier. So, und damit sind wir da. Aus Versehen, dass der falsche Haltestelle gewartet wird. Ah, egal. Was so. Alle mal draußen. Wie das geht. Tschüss. Bye, bye. Feierabend. So, es sind viele Haltestelle auf vier mittlerweile. Ich glaube, wir haben es soweit. Die Haltestelle ist die Haltestelle. Es ist die Haltestelle noch und wir haben jetzt eins, zwei oder zwei. Da ist es so. Pine Street, Pine Street. Da ist es ja vier. Pine Street. Die sind jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, es sind noch acht Haltestellen. Leider in den Valley Springs. Aus Harbor fehlt jetzt noch zwei. Und sie wie die eine. Also müssen es eigentlich nur noch elf Haltestellen sein. Die übrig bleiben. Aber er ist ja jetzt besser. So, haupt zurück zu Zivio Point. Genau. Hab zurück zu Zivio Point. ich habe heute ich will jetzt natürlich wieder die stellreise machen das heißt die weil er mich jetzt tatsächlich so fischer street fahrt warum ich mache hier kein break wir sind in der nächsten folge wieder das wollte ich gerade vergessen und dann geht es weiter mit dem nächsten teil und dann geht es weiter mit dem nächsten